Doch, das ist aber Polizeiflugplatz, geh. Weg mit dir. Das waren die Reifen. Verwundet? Schreibt meiner. Okay, den Rest müssen wir laufen. Bist du verwundet? Weil der den Zaun umgefahren hat. Vorhin vom Green schon. Nee, ich hab jetzt auch nur noch 91. Das ist der Zaun nicht so krass. Das regnet es auch noch. Kann man jemanden K.O. schlagen? Eigentlich? Nee, nur mit Waffe. Aber wie? Hab ich eigentlich so schwule Klamotten an, ja. Mit G glaub ich. Okay. Weißt du, wo es hingeht? Oder sind wir schon da? Ich weiß, wo es hingeht. Da, in den Hangar rein, oder? Wahrscheinlich. Links. Links. Da, vor uns. Wenn ich orientier mich jetzt mal. Ist er dann nicht da vorne? Nee, wir müssen da nach rechts. Oh. Ich kann mich nur umspendig aus. Wir müssen hier lang. Er rennt da vor mir. Ist das der Bronze? Oh, wir müssen hier lang. Ich hol mir den Großen. Hebe ich gleich 5 Millionen ab. Dann hab ich aber nur noch 4 Millionen. Wie viel kostet den Kleiner? Wie? Wie viel kostet den Kleiner? Äh, den kannst du dir auch leisten, aber... Ich glaub 380.000 oder so. Tommi, denk dran. Wir wollen noch illegale Waffen und schön ausrüsten und alles. Ohja, okay. Wie viel kostet den Heli? Was? Feuer, ne? Ja. Das Auto hält auch gar nichts aus, ey. Der Zaun ist kaputt. Was ist denn das für eine Welt? Ich mein echt so. Ja, ne? Wir haben einmal über den Bordstein gefahren. Mhm. Da waren die Reifen direkt platt, ne? Für die Asse hier, ey. Nur einmal auf dem Bordstein ein bisschen rüber. Hab ich grad auf dem Handy so geschrieben, ne? Hab nicht gesehen, dass da ein Bordstein ist, weil der wieder voll rüber gefahren ist. So, ey. Voll geil. Meiner hat keine Ausdauer mehr. Meiner hat bei mir auch nicht. Ich jogge auch noch. Krabbelt schon. Kauf mir jetzt ein Hummingbird für 400.000, okay? Ne, ne. Ich hol mir einen riesen Helikopter. Und kauf nix. Dinge. Hier ist er doch. Oh, Bronze. Laufst du denn hin da? Äh, zum Bank. Oh. Ich muss jetzt das Geld zuerst noch abheben lassen. Was ist denn das hier für ein komischer Server eigentlich? Hehehe. Franzerver. Was sollten die bei der Siema einbauen? Wupp. Was auch cool ist, ist, wenn man sich hinsetzt, Moment. Hinsetzt. Hinsetzt. Und dann nix drückt, dann macht er auf Wupp. Was macht er dann? Legt er sich um den Bauch erstmal, bevor er sich hinkniet. Standing by. Bin einmal kaputt. Wo die, wo setze ich mich denn hin? Äh, öh. Äh, äh. Äh. Also stehen und dann äh drücken. Äh. Also muss er stehen bei. So. Ready for orders. Und mit der Raute salutiert man. Cool. Ready. Sir, Tommy, Sir. Hehehe. Hehehe. Bleibt er denn? Ich bin jetzt am liebsten schon wieder mit der Wachter K.O. schlagen hier. Er ist natürlich voll die Probleme mit meinem Mikro, ey. Er ist natürlich voll rumgespackt. Der Major hat sich eins runtergeschmissen für 60 Euro und ist kaputt. Hehehe. 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 Ist er nicht alle dritten? Ne, brauchst er nicht. Check mal aus da, Busch. Hm? Mangreni. Tommy, steig ein. Ah. Komm mal wieder, warte mal. Krieg schon mal los. Ja, warte, du wirst halt einsteigen so jetzt. Ne, warte, ich will Beifahrer spielen. Mach mal auf. Kann ich ja die Steuerung übernehmen. Okay. Okay. Äh, cool, geht los. Okay. Was geht's? Also, ich flieg zuerst mal hoch, ne? Hm? Komm noch mal auf der Forrest an. Was? Was? Ah, ich markier mich jetzt erstmal... Das Rebellengebiet. Ja... Check. Naja, kann man nur alleine spielen in the Forest, aber egal. Jetzt gib mal die Steuerung hier, warte ich, Matthias mir auch schnell. Ich muss nur sagen wie es dann geht. Ich weiß nicht wie es bei dir eingestellt ist, jetzt kannst du schauen unter S, A, S, C, also ich hab sie verändert für mich. Mach einfach mal, gib mal her. Also. Hopp, Moment. Schau dann. Bitte schön. Bei Mars kann man gar nicht steuern irgendwie. Also bei mir schon. Bei mir eigentlich auch, letztes Mal. Da kann man doch hoch und runter steuern. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Bitteschön, jetzt kannst du machen. Na' ich hab mich gewollt, ne hä. Ich kann mit der, alter, alter alter, alter. Ich kann mit der Maus nichts, achso mit der Maus' kam hoch und runter machen. Nach vorne fliegt halt automatisch ok. Ja, eigentlich nicht. Doch bei mir schon. Warte, Forest geht nur alleine, hab ich grad geschaut. Äh? Nein. Fingerplayer, vielleicht kommt er später noch was. Oh, kann sein. HALT! Oh, Alter. Nee, oder? Digga, zieh hoch da! Zieh hoch, Alter! Oh, ist das zu blöd zum Fliegen, Alter, ey. Geil, ich sehe nur noch das Wasser auf mich zukommt, Alter. Ich muss die Steuerung jetzt übernehmen, sonst werden wir jetzt... Mach mal auf. Alter, das ist nackt. Wie tot, wir liegen im Wasser bei mir. Ich hab die Steuerung übernommen. Nein, bei mir nicht. Mach mal den Heli auf, da. Hä? Wir fliegen doch. Wir fliegen doch noch. Also, bei mir liegen wir im Wasser. Ich hab nur noch das Wasser auf mich zukommen sehen. Wir fliegen doch noch. Ich hab die Steuerung übernommen. Ja, nimm du die mal. Ja, ich hab sie übernommen. Oh mein... Also hier, Mode Singleplayer steht bei mir noch. Also, ich bin irgendwie unter Wasser. Und es gab schon mal auf Commodore 64 The Forest... The Forbidden Forest. Okay. Thorsten ist der einzige unter Wasser. Entschlaufenkopf, kurz vor dem Grund. Und... Hm. Komisch, komisch. Also, wie ich das dann zusammengeschnitten hab. Endscreen von Kronk ist noch mal da. Cool. Bronze, genieße die Aussicht. Ja, geht ab da unten, ey. Das Lied ist geil. Von Infamous Second Son. Was der Kronk drin hat. Aber das ist denn jetzt da. Ich bin ja immer noch unten am Heli, da unter Wasser. Ja, wir fliegen. Einfach, wir fliegen, ja. Ja, das können wir nachher fixen dann, wenn die da... Hoffe ich. Aber ihr seid noch hinten drin. Ja, sind wir auch. Aber wir sind unter Wasser. Jetzt ohne Scheiß, ihr fliegt gerade oben weiter, oder was? Ja. Also, ich bin hier underwater, man. Stehe hier mit dem Kopf fast über dem Boden. Geht mir genauso. Ist geil. Geil. Der Sauerstoff wird langsam knapp hier, René. Ne. Also, wie cool das wär. Dass ich hier drinnen und hier so... Hä, wieso? Das geht bei euch ab. Ja, das hat der Server manchmal. Häschen. Das Häschen-Bild ist cool. Also, wir sind schon wieder da mit dem Helikopter. Ja. Ne? Siehst du... Wir müssen noch schneller reagieren. Kannst du mal landen oder so, dass das irgendwie mal sich ändern wird? Äh, ich flieg mal zuerst hier weg. Wir sind wieder da. Jetzt seid ihr bestimmt irgendwo abgesorbt. Wir sind wo ganz anders. Oh, ein Fischi. Oh ja, geil. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Geil. Das machen die so lange... Und die haben hier nichts Besseres zu tun. Scheiße. Ist da auch zu sein. Das ist mir echt grad zu blut hier unten, ne? Kommen wir lieber auf die Karte. Ja, ich lande gleich. Dann sind hier die Leute, ey. Lass mal hier zum Rebelllager fliegen. Und dann holen wir uns Equipment und dann schlafen wir mal Paläuter ab hier. Ja, die sind auch da. Die bewachen dort. Dass sie gar kein Equipment holen können. Also nicht die Polizisten, sondern andere. Ausgerüstete. Ja, lande einfach mal und schau mal. Wieso machen wir das nicht so, dass wir uns jetzt nicht alle vier als Polizisten hier einloggen und dann zocken wir da gegen die Rebellen als Polizisten, ne? Geht doch aus, dann haben wir doch auch Geld, oder nicht? Das Problem ist, hier würden gekickt werden. Wieso wird hier gekickt? Weil du dich als Polizisten nicht anmelden kannst. Eigentlich. Nur ich kann's. Wann, dich lande mal ein bisschen neun, wenn du was gerade ist. Gerade. Wir sind immer noch unter Wasser. Ja. Okay. Wir haben noch keiner mit Sarah zur Folge dir eine Freundschaft-Anfrage schicken. Ist mir heute aufgefallen. Wie? Kann Sarah zu einer Freundschaft-Anfrage schicken. Hast du das? Das ist jetzt bei mir in der Liste drin. Echt? Wo ich das gemacht hab, ging das gar nicht, ne? Ging erst heute. Oh, wir sind gelandet. Wollen wir Freunde sein? Wo seid ihr? Äh... Unter Wasser. Ey, Tobi Nahto spielt bei... ...Ama 3. Warte mal. Ich steig mal aus. Echt? Was? Kann ich wieder einsteigen? Moment. Wollen wir mal beim Tobi auf den Server springen? Äh... Jo. Du stehst bei mir hier unter Wasser mit. Lauf ich unter Wasser rum? Dann sag ich ja Hallo Tobi! Nee, du stehst hier rum. Äh... Das ist doch nicht für einer. Custom Map? Hier kommt ja auch mal drauf. Jetzt bin ich gut... Alter, alter, alter. WTF? 8... Ehhh... Ich hab Brunze getötet. Böööööö... Du hast noch was gemacht haben, Helicopter stets erklärt. Ich bin in den Helicopter wieder eingestiegen und ich wollte wieder aufsteigen. Ein Helicopter... Ist explodiert... Oh Mann, du warst fertig, Alter, ey. Ich hab meine IP gepostet. Draußen, was hast du gemacht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017